ja servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen video auf meinem kanal mein name ist umweltrettung und hier sind ein paar wenn du jetzt nicht lernst werde ich die hausarrest geben und du brauchst dann auch nicht zu weinen wenn ich das durchziehe ok bitte eines freundes danke dass du das video hochgeladen hast daniel ich werde all meinen freunden erzählen wie gut du daran bist sehr schön wo wir schon dabei sind und wusstest du dass in ein paar wochen eine sehr wichtige spiele messe ist du kannst dich dort mit anderen youtuber treffen und etwas bekannter werden allerdings kostet das ticket 65 dollar besorge dir das geld und wir gehen zusammen mit gerüchten zur folge gibt es dort auch ein paar special editions von manchen konsolen ok event wurden im kalender meines smartphones gespeichert wenn ich an einem event teilnehmen wurde muss ich bloß die app öffnen meine teilnahme bestätigen ok achten sich die stelle haben wir veranstaltungen besuchen ziele nehmen ein smartphone habe ich öffnen die kalender habe ich gibt den tag der an veranstaltung ein so ticket kaufen machen wir drei dollar haben wir haben das ticket gekauft auf 24 stunden ticketpreis 65 dollar sehr schön monatlicher fortschritt du gelernt hast acht mal dauert zwei stunden naja komm es war sehr wichtig meine teilnahme der app zu bestätigen sonst hätte man mir den zugriff zutritt verweigert akzeptieren dann werden wir jetzt noch mal lernen und gucken uns dann auch noch mal den youtube kanal an insgesamt verdient fünf dollar ist nicht viel aber besser als nächstes mit der preview 1 dollar mit dem gameplay jetzt zwei dollar und da müssen wir mehr machen aber erstmal schlafen gehen kommende test in einen tag 22 stunden ok dann werden wir jetzt noch mal uns durchdringen und noch mal lernen damit das auf jeden fall passt aufgabe abgeschlossen 600 xp 75 davon zurück in die schule aufgabe abgeschlossen sehr schön 6 dollar haben wir 1232 abonnenten und dann kein veröffentlichtes video als spiel auswählen liebte 46 hoch league of giants gameplay fortsetzen ist in ordnung mehr haben wir nicht dann folge 5 weiter spieltutorial guru vorschlag zusammenfassung des spiels fachlicher kommt da du hast 20 geht's gemacht bevor du getötet wurdest lustige tic rennen akzeptieren hochladen sehr schön dann gehen wir jetzt noch mal lernen ich habe diese woche genug gelernt ok prüfung note deines tests 2 bemerkernswert akzeptieren ist doch in ordnung cool nun eine 2 ist ziemlich gut ich freue mich über deine note hier hast du 25 dollar mach weiter so cool wir kriegen geld dafür cool nice so hört hochgeladen gut was können wir noch machen wir können im prinzip hier jetzt mal gucken wie viel wir verdienen hier insgesamt 6 dollar 3 dollar mit dem hier das scheint gut zu laufen liegt auf giants 2 dollar ansonsten machen wir noch mal hier battle machen wir auch noch mal ein video spiele auswählen aufnahme starten weiter defekte pc es gibt einen defekten pc reparieren 10 dollar super schon wieder reparieren aussehen machen wir noch mal das gameplay fortsetzen aufnahme starten weiter so sehr schön spiel laden formell begrüße zusammenfassung des spiels lössecker kommt da du hast ein verstecktes item gefunden ratschlag rennen akzeptieren video hochladen natürlich immer alles hochladen einladung ins kino hallo dann ich möchte dich heute abend gerne ins kino einladen ich habe keine großen erweiterungen aber ich habe gehört der film so großartig sein kommst du mit natürlich kleiderschrank und wir haben noch nichts gutes da zum event gehen laden viel tastig vor ist ein toller film ich habe ihn diese auch schon zum dritten mal gesehen der muss irgendein geniale actionfilm regisseur gedreht haben okay sehr cool ich interessiere mich nicht für musik so kriegst du mich nicht dazu mit dir raus zu kauf zu gehen bleib locker man sieht sich okay was ausgehen reden Ich liebe Dates. Ich stehe nicht auf feste Beziehungen, aber ich habe immer jemanden, mit dem ich ausgehen kann. Soll ich ein Date mit dir in den Kalender eintragen? Haha. Ui. Cool. Okay, gut, wo geht es denn jetzt hier zum Kino? Wie die Presse posieren. Machen wir das mal. Okay, genug passiert. Du kannst nun gehen. Niemand kennt dich. Na toll. Reden. Das ist ein Ausrufezeichen, das machen wir mal. Hallo, mein Computer ist kaputt gegangen. Ich kann eines meiner Videos nicht bearbeiten, ich habe aber gehört, dass du daran ziemlich gut sein sollst. Könntest du es für mich hochladen? Dann. Ich werde dir das Spiel dazu schicken. Okay. Mache ich natürlich. Bitte eines Freundes. Daniel. Hallo Daniel. Ich habe gehört, dass du gute Videos aufnehmen kannst. Würdest du ein Gameplay Video von Vegetarian Deluxe Edition für ALPC machen? Es würde mir viel bedeuten, denn ich kann im Moment keines hochladen. Ich schicke dir das Spiel. Lungen. Einer. Das machen wir natürlich. Super. Okay. Ich werde es dir schicken, wenn ich zu Hause bin. Okay. Was will die hier? Reden. Mal gucken. Hallo, mein Computer hier ist kaputt gegangen. Ich kann eines meiner Videos nicht bearbeiten. Ich habe aber gehört, dass du darin ziemlich gut sein sollst. Könntest du das für mich hochladen? Ich werde dir das Spiel dazu schicken. Okay. Akzeptieren. Auch? Okay. Na gut. Ist doch in Ordnung. mal. Na gut. Na gut. Blablabla. 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 So. Gut. Ich weiß jetzt auch gar nicht mal was ich hier soll. Man kann hier anscheinend nicht wirklich... Was machen? Ich kann nicht irgendwo über Filme reden. Endlich läuft Fantastic Four im Kino. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Film. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Suchen wir nach einem freien Platz. Okay. Geh in den Saal. Oh, dann bin ich erst mal gespannt auf den Film. Errungenschaft freigeschaltet. Kino heute Nacht. Hier sind aber nicht gerade viele Leute. Wo sollen wir sitzen, Daniel? Ah. Ich würde sagen, hier vorne. Jetzt verschwindet, wäre doof. Wir müssen uns das schon, sag ich mal, angucken. Sonst ist das ein bisschen doof, wenn wir jetzt einfach so verschwinden. Das ist natürlich nicht gut und das machen wir auch nicht. Soll ja schon vernünftig laufen und ja, genau. So, 22 Sekunden noch. Ich wollte ja nicht in den Film, von daher. Egal. Okay, das ist genug. Okay. Ich gehe jetzt. Okay. So. Ich erinnere mich jetzt. Als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich, es umzugestalten. Akzeptieren. Yeah. Hey. Klicke auf den PC zum Einkaufen. Klicke auf den Dekos. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich danke euch soweit erst mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und Like da lassen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Schaut euch in die anderen Videos auch rein. Ciao und auf Wiedersehen. Ciao und auf Wiedersehen.